... meine Fähigkeit der Unsichtbarkeit einsetzen. Du hast diese Superkraft auch noch? Ich sagte doch, Bullrock hat haufenweise Kräfte. Seht her. Auf diese Weise kann ich mich unbeachtet nur einer Menge bewegen. Ja, zeig das mal für mich. Viel Glück, Bullrock! Diese Lampe stammt aus dem Nachlass von Edna und James Hollinger, die im ländlichen Teil Wyoming lebten. Sie hat eine bronze Lackierung und am Fuß befindet sich ein Blatt aus echtem Gold. Das ist die Gelegenheit, eine zeitlose Antiquität zu erwerben. Die Lampe wurde von unseren Auktionsmitarbeitern auf weit über 2000 Dollar geschätzt. Also fangen wir bei 375 an. Höre ich 375? Kleiner, was zum Teufel soll denn das werden? Was ist denn denn passiert? Du liebe Güte! Ach du meine Fresse! Oh, Alter, jetzt setzt es was! Is questo? Ja. Erweiler, was zum Teufel soll dieative? Spelen, wie man in einer Ellung des clubs gewinnen hat. Wir wollen jetzt sagen Sie mit moisturizing. Vielen Dank.